Wir gehen rein, satter Hugo. Keine Ahnung, was da jetzt kommt. Auf hungriger Hugo, die Videos immer aufwendiger werden kommen. Ab jetzt hier auf dem zweiten Account, satte Hugo. Regelmäßiger Videos, aber dafür nicht so aufwendig. Ich hoffe, euch gefällt das. Wie viel Leben der dann hat eigentlich, ne? Das ist echt crazy. Nein! Die Sander mit dem Fimmer wird ja gern mal mit dir quatschen. Werd nur leider nie passieren. Joa, das würde ich so unterschreiben, Digga. Bing Bong! Vor allem nicht für 5 Euro, Bruder. Oh! Lange Haare, Digga. Sonnenbrille. Moin, Leute. Abos auf Trocken am Start. Also, ich verstehe das gar nicht, warum ich kein Creator-Code bekomme. Und dieser deutsche Community-Manager, ey, spammt den mal alle bei Twitter voll. Der antwortet mir nicht, der Hund. Ey, ich bin so brand safe. Schickes Auto. Komm, laber mit. Die Ruhige, was fährt er? Der fährt einfach 200 mit dem Ding. Der ist einfach schneller wie er. Jetzt los! Joa, guck, wohin? Ey, lol! Ich würde sagen, ich finde Antonia ist eine wirklich... ...ne wirklich nette. Achso, was da drüben abgeht, ne? Schickt mir einen Link. Guck dir das mal an. Mit einem Euro. Das wirkt verdächtig wie ein Scheiß-Link. Wann hast du das letzte Mal geraucht? Hast eigentlich nie recht. Ja, ich weiß nicht, wann dieses Screamer-Ding wieder innen geworden ist, ne? Ich weiß es wirklich nicht. Klare Stimme, hörst dich gar nicht wie ein Raucher an. Boah, wann war das? Warum ist bei Micky immer noch dieser fette Schwanz hinten auf dem Schild? Ich saß in meinem alten Peugeot, den Anna liebevoll Schimmel getauft hatte, dammerte mich an mein Lenkrad und zog an meiner Zigarette. Piss dich, du Hohern! Papa. Papa. Servus, Papa. How could this happen in me? Ähm, darf ich noch einen zergrüßen? Äh, klar. Ähm, ich grüße Flo, Luca, Dominik, Mervy, aka Marvin, Emma, Mia, Moritz, Triad, Leon, Tobi, Dominik, Yassin, Luca, Yassin, Leon, Daniel, Yves, Lukas, Riyad, Bilal, Das ist so ein geiles Format. Die beiden sind auch einfach unfassbar gut für dieses Format. Wie alt sind die? 7, 8? Keine Ahnung. Müssten dann meine Zuschauer sein, ne? Wir können diese Transaktion derzeit nicht bearbeiten. Wähle eine andere Zahlungsmethode aus oder versuche es später erneut. Kauf, fehlgeschlagen? So sauer, Digga. Äh, jo. Äh, jo. Scheiß drauf. Hier auf Wänze, da. Wänze sind eigentlich geil. Aber auch mal Brüste sind so in Ordnung. Mensch, ey, jetzt kommt aber langsam der Nudelauflauf durch. Oh, Mann. Achso, du bist direkt hinter mir. Jedes Mal, wenn ich, wenn ich das schlage, kriege ich danach Damage. Ja, dann krieg einfach mal keinen, Sriso. Äh. Oh, nee, ey. Ach komm, scheiß drauf. Ey, ey. Ach komm, Digga. Morgen dann ein Lerngespräch für einen GTA-RP-Server. Da hat mich gefragt, weißt du, wie es läuft? Digga, Monte in GTA-RP. Muss das sein? Läuft. Ich sag ja alle ab, Mann. Ich schicke jetzt Sascha eine Sprachner, recht? Das war dafür, dass dein scheiß Video nur drei Minuten geht, du Hund. Hat schon Bock mal anzuziehen, den Aal? Ey, Digga. Ich schicke einfach mit dem Mikrofon boxen. Geiles Gemack. Wo könnte das nur sein? Ich habe eine Idee. Brasilien. Diese Blicke von Danny. Ja, was ist bei Danny falsch? Doggy, gibst mir Doggy. Ich bin Spanier. Du bist keine Spanier, du bist ein Kubanier. Also, wie gesagt. Wir sagen bei drei ein Wort. Eins, zwei, drei. Buch. Ja, ja, ja. War jetzt auch richtig schwer, weil vor dem ein Buch tanzt. Okay, das ist Kira, das ist nice. Junge. Kevin, so eine hüpste Mann. Hey, Baby. Kann ich deine Nummer haben? Nö. Nochmal zu klären. Das ist ein Tee. Das ist ein Tee. Das ist ein Tee. Das ist ein richtig fetter, orangeer, langer Schwanz. Es ist ein Tee. Es ist ein Buchstabe. Okay, es ist ein Banis. Es war ein richtig fetter, langer Schwanz. Ey, aber der Kanal ist actually Banger. Okay, next. Was läuft, was läuft, willkommen zum nächsten Video. Ich hatte kein Brötzelschneidermesser, weil das war irgendwie in der Waschmaschine oder so. Chili. Ich schau jedes einzelne Video an. Alle reden über C-Max, alle reden über Elli, aber keiner redet über mich, den Spanier. Keiner. Wer soll das sein? Der kommt, der kommt, der kommt, oder? Moin. 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 Wo ist das zu Karma? Spiel ich gerade bei Phoebe? Bei seiner... Bei seinem Girlfriend. Das sind doch beide vier oder so, oder nicht? Wer? Oh, Digga. Ich wollte gerade sagen, wo bleibt der Sound? So erschrocken, Mann. War das Enlisted? Es war Enlisted. Gutes Game. Oh, Digga. Ich wollte gerade sagen, wo bleibt der Sound? So erschrocken, Mann. Ich bin reich. Ey, yo. Was denn los? Ich nutz diesen Beat und versuch darauf, was richtiges zu machen, yo. Aber das ergibt auch keinen Sinn, was ich von mir gebe, weil ich kein Freestyler bin. Oh. Holy shit. Oh mein Gott. Wer mich besuchen will, ich hab High Ground. Ich bin oben. Auf einmal Fortnite. Wir haben so einen Vollbart, Mann. Richtig geil. Richtig männlich aussehen. Und alle Frauen so, oh mein Gott, look at this beautiful... Brett. Brett. Wie heißt denn Bart auf Englisch? Bert. Brett. Hä? Was? Erstmal so auf Kreisverkehr. Oh mein Gott, wie schnell ist das? Boah. Der fährt gegen Haus, das kennen wir schon. Oh, Digga. Das ist ein Easy Jam. Ich hasse Niko. Also wenn du was versagt, sollte echt sich mal seinen intelligenten Putzchen hinterfragen. So. Also das einzige, was ein Negativpunkt ist, dass halt Sascha dabei ist. Wenn das nicht wär, Bäger. Ich hab gar nichts gemacht. Schaut mal, wie schön Chris fährt. Süß, oder? Aber das hab ich nicht gefilmt, Chad. Das hat Victor gefilmt. So bin ich nicht die ganze Zeit gefahren. Äh, so, äh... So ist nice, oder? Chad? Ja, nice. Es gibt immer diesen... Dicke, dieser Scheißstuhl! Dicke, dieser Scheißstuhl! Drei Mark. Diese Reaktion ist für dich. Es gibt immer diesen... Drei Mark. Der komplett übertreiben muss. Dicke. Ich hab damit gar nicht... Ich wusste was passiert, da hab ich trotzdem erschreckt. Oh mein Gott, sorry, Dicke. Entschuldigung. Ich kann nicht, ich kann nicht Kanada sagen, ich will die Kling doch Die ganze Zeit Kanake sagen Verstehen What the fuck Nicht mehr so, ich verstehe Hä? Die Schleck Oh oh Verdammt Ey, Action hat das echt Bock gemacht, das Game Der Milleimer Der Gärtner, der Charakter des Gärtners ist eine Ey, Digga, das habe ich gar nicht mitbekommen, was war das für ein Event? Was, Bruder? Was soll ich sagen, Bruder? Wer ist denn die Süße im Background? Digga, das ist Tüde Ich kann von hier unten in deine Hose gucken, Bro At the same time, I'm just apart Ey, stabiler Arschloch Richtig und richtig Oh, Mann Dingbomb Ah, Digga Das habe ich auch gesehen Und jetzt kommt der Duft Wir haben jetzt hier nochmal eine andere Frage Gibt es irgendwelche Spiele, die ihr euch freut oder die ihr jetzt in Zukunft mehr spielen möchtet? Oh God, Fra Ich könnte mir auch selber von mir gut Vorstellen, dass ich irgendwann mal Suchtberater werde Hör mal, was ist los? Hast du gemacht, Liffing? Digga, es sind aber eigentlich auch gute Videos Hatte ich gar nicht so auf dem Schirm Ich bin